Ich bin der Opa und ich bin ungefähr seit 40 Jahren beim Verein und das ist halt mein Leben. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Das ist auf Deutschland mein zweit geworden. Ich bin der Haki und ich bin Equipment Manager bei dem Verein. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren beim Verein. Ich bin eigentlich derjenige, der immer Blödsinn macht. Mit denen hat ich mich ab und zu schimpft, weil ich es dann wieder übertreibe. Aber nur so kann man eine Stimmung reinbringen, anders geht es nicht. Also wir haben überragende Hauptrunden gespielt und ich hoffe, dass es auch so weitergeht und wir möchten das alle wieder sehen. Und natürlich brauchen wir jetzt die Unterstützung von euch alle, damit es halt auch so weitergeht, damit wir wieder eine gute Mannschaft auf die Füße stellen können, damit wir einfach nächstes Jahr wieder neu angreifen können. Ich möchte gerne, dass mehrere Leute dabei sind, die sich diese Aktion richtig unterstützen. Euer Name, unsere Heimat.